Heute geht es los. Hier sehen wir noch das alte Gehege. Da sehen wir schon jede Menge Krempel, die weggerungen wurde. Leere Regale. Ja, auf geht's. Hier haben wir das Material. Die Füße, die Seitenteile und zur Stabilisierung. Die Unterkonstruktion ist fast fertig. Jetzt nehmen wir schon mal die große Platte, die da hinten hinkommt. Dann kommen hier vorne die Teile noch dran und dann kommen da die Platten drauf. Die erste Platte ist schon drauf. Jetzt habe ich hier alles mit Silikon voll geschmiert. Seid froh, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Das ist die Folie. Die werde ich jetzt gleich erstmal mit dem Spachtel nochmal das ganze Silikon verteilen und dann die Folie rein. So Leute, eine gefühlte halbe Ewigkeit später ist auch diese Folie hier drin. Das war echt ein Akt, das sag ich euch. Ich baut niemals so eine Dinger um Eck. Jetzt ist das Einstreu noch drin. Und 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 Das war's für heute.